Die erste Seite benötigt keine Selbstreflexion, keine Selbstgedanken, keine Selbstempfindung. Sie ist ja Schlaf, Reorganisation, pures Atmen und deshalb lässt sich dieser Zustand im Wachen umfunktionieren. Alle Gedanken abstellen und reines Auge sein, pures Wahrnehmen, nicht mal wahrnehmen oder falsch nehmen, sondern einfach pures Nehmen, Aufnehmen, Perzipieren. Sozusagen aufmerksames Beobachten des Beobachtungsvorgangs selbst.